Servus Leute, wir kommen zu deinem Video, und soll dann wie ihr zum Titel lesen könnt, der beste Modus ever. Warum? Ich finde den Modus, den geilsten Modus, äh, Modus, schneide ich raus. Ich finde den so geil, weil du hast Waffen direkt. Ich hätte einfach ein geiler Modus, Punkt. Meine Meinung nach. Und die Gegner respawn, also wie ihr oben links sehen könnt, man hat drei Leben quasi. Und ihr seht ihr, ich hab zwei Wochen direkt, das ist praktisch. Und aktuell zwei, ähm, Punkte. Und hier auf der Map, wenn ich jemanden töte, krieg ich immer mehr Punkte. Und das wird dann in der Map angezeigt. Ist wahrscheinlich nicht so gut, dass es so angezeigt wird, aber was würdest du machen? Und dann schauen wir mal mit dem Bogen. Das Wichtigste sind die Metz. Wenn ich mal mal einen Bauern drin würde. Aber die Gegner werden meistens immer wieder auf sich drauf fallen. Und ich hoffe, ich sterbe mich direkt dreimal. Gar keinen Bock. Okay. Sind sie hier auf euch gelandet? Okay, hier vorne ist einer. Ja. Ja. Verreckt doch, Junge. Iji. Ja. 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 Da muss ich jetzt ganz kurz weg. Abhauen. Nein. War nicht gut. Aber drei Kids gemacht. Das ist die Tomate geht auf, Jungs. Die Tomate geht hoch. Darauf ist meine Nuss. Ich geh jetzt nach hinten hin, hinterm Berg. Ich find die Musik auch voll geil. Wollen die alle abhauen? Nein. Die Schwäne. Hey, Junge. Nein. Die ist low. Die war low. Ach, das äckert mich. Ich hab halt keine Mets. Ich hab halt keine Mets. Ich habe keine Mets. Springt da rum, der springt rum wie Bambi auf Koks. Ach komm, pusch ich. Battenesel. Ich bin ein Esel. Ich bin ein Esel. Nee, jetzt wirst du nicht noch ein. Springt da rum wie Bambi auf Koks, Junge. Ja, ich hab keine Wettbewerb. Nein. Nein. Das ist bestimmt mega scheiße. Das schneide ich alles raus. Oder auch nicht. Komm, für Monro wieder. Für Monro. Ja lol, ich hab ja keine Maps. Das schneide ich raus wieder. Ich lass alles wieder für Monro. Und für euch natürlich. Weil bei Monro weiß ich einmal, der guckt ein Video ist ganz bis zum Ende. Weil er weiß, dass du scheiße. Dann geboxt dafür. Und er weiß, ich schlauere nur scheiße. Wie zum Beispiel Bambi auf Koks gerade. Der springt da rum wie Bambi auf Koks. Das war die schlechteste Idee meines Lebens. Die zweite Runde. Ich hatte 3D, würde ich auch noch einnehmen. Finsten Fehler. Ich nicht. Hm. Wie Junge, zieht's dich noch? Das ist ne Frechheit. Das ist einfach nur ne Frechheit. Was der mir wieder gegeben hat. Einfach nur ne Frechheit. Schnell abhauen. Es ist einfach nur fresh, creme, fresh, ja genau, ein Bot regelt, man kennt ihn, man nennt ihn auch, den Allerechten. Toll, boah, nicht die beste Entscheidung bestimmt jetzt hier, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nächste Runde, obwohl, nee, mach auch nicht, der Kreis zieht ja heute nen Livestream, da gibt's dann kein Video, deswegen kommt heute noch nen Livestream, aufentspannt und guck, 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 ne Nuss, ne, um uns, also Erdnüsse, was ihr denkt. Ähm, ja, lass nen Like, nen Abo da, folgt mal auf, Instagram, ein wenig was, den Feige, und jo, haut rein, ciao. ? .